HR2 Kultur zum Nachhören Weltzeit Yusuf Abdino ist vor einigen Jahren aus Somalia geflohen. Abdino hatte Glück im Unglück. In seiner Heimat wurde der ehemalige Politiker von der islamistischen Terrorgruppe Al-Shabaab mit dem Tode bedroht. In Deutschland bekommt er rasch Asyl. In mehreren Befragungen interessieren sich deutsche Beamte dabei insbesondere für Abdinos Kenntnisse über die Al-Shabaab-Terroristen in Somalia. Sie fragten mich nach einigen Al-Shabaab-Führern. Ich sagte ihnen, was ich wusste, gab ihnen die Telefonnummern der Frau eines der Anführer und sagte ihnen, wo sie sich damals ungefähr aufhielt. Sie schrieben sich das auf und ich fragte nicht nochmal nach. Was Abdino zu diesem Zeitpunkt nicht klar ist, die mehrfachen Befragungen haben nichts mit seinem Asylverfahren zu tun. Ihm sitzen Mitarbeiter der Hauptstelle für Befragungswesen gegenüber, einer kaum bekannten deutschen Geheimstelle, die direkt dem Bundeskanzleramt unterstellt ist. Die Aufgabe der knapp 40 Mitarbeiter ist es, nachrichtendienstliches Wissen von Migranten abzuschöpfen. Und wer redet, darf mit einer Gegenleistung rechnen, sagt ein Übersetzer, der im Rahmen des Asylverfahrens arbeitet und anonym bleiben möchte. Den Leuten wird klar gemacht, dass sie schnellere Anerkennung kriegen, wenn sie da mitmachen, ließ der Mann NDR und Süddeutsche Zeitung wissen. Teilweise werden Asylbewerber zur Informationsgewinnung offen und transparent eingeladen. Geheimdienstmitarbeiter würden regelmäßig aber auch verdeckt an regulären Asylbefragungen teilnehmen, getarnt als Praktikanten. Nach Angaben ehemaliger britischer und amerikanischer Geheimdienstler gibt die Hauptstelle für Befragungswesen die so gewonnenen Daten an die USA und an Großbritannien weiter. Und manchmal nehmen amerikanische und britische Agenten sogar selbst an Befragungen in Deutschland teil. Die Informationen der Asylbewerber seien nicht zuletzt für den amerikanischen Drohnenkrieg wichtig, erklärt ein ehemaliger US-Geheimdienstler NDR und Süddeutscher Zeitung schriftlich. Es sind natürlich nicht nur die Informationen aus den Befragungen, die zur Bombardierung von bestimmten Zielen führen, aber unsere Entscheidungen über mögliche Ziele werden dadurch beeinflusst. Aus Sicht der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl ist das ein handfester Skandal, so Mitbegründer Viktor Pfaff. Die beschriebene Praxis würde nicht nur gegen das deutsche und europäische Asylrecht verstoßen, sondern auch gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Der Schutzsuchende soll sich eröffnen und soll wirklich alles sagen, was er weiß und so Kenntnisse darlegen. Und wenn das missbraucht wird, dann ist es natürlich ein Missbrauch des Asylverfahrens und ein Missbrauch des Vertrauens, welches man von dem Antragsteller erwartet. Eine Regierungssprecherin erklärt, die Mitarbeiter der Hauptstelle für Befragungswesen würden sich stets gegenüber Asylbewerbern ausweisen. Zur Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten und zur Verwendung der Informationen wollte sie nicht Stellung nehmen. Aus Gründen der Geheimhaltung, wie es hieß. Politiker von SPD, Grünen und Linken reagieren auf die Vorwürfe indes entsetzt und fordern von der Regierung Aufklärung. Sollten die Berichte zutreffen, würden sich deutsche Behörden möglicherweise auch strafrechtlich mitschuldig machen an gezielten Tötungen, erklärte etwa der grünen Abgeordnete Hans-Christian Ströbele.